Auf Hochdeutsch. Wir kochen jetzt hier, oder ich richte hier unser Dessert an. Momentan auf der Karte. Rhabarber mit weisser Schokolade und Saurampfer. Da habe ich einfach Rhabarber-Kompott. Ich tue schlicht der Rhabarber salzen, entwässern und dann mit Brotweinreduktion machen. Darauf kommt die Mascarpone weisse Schokolade des Buma. Da haben wir eine Haselnuss-Kranischtreusel. Da haben wir einen Saurampfer-Pulver. Das bleibt Saurampfer getrocknet, pulverisiert. Er hält schöner Geschmack und gibt noch eine freche Note dazu. Das ist Saurampfer-Eis. Dann noch Sauerklee. Bei uns oben im Wald gehe ich den nimmer holen. Ich habe eine schöne Stelle, da wächst wie Unkraut.